Die Details des Austrian-Koalition-Agriements zwischen dem Konservative People's Party und dem far-righten Frieden-Party haben sich herausgefunden. Ein Kornstein der Deal ist, die Voter-Partizipation in Legislative-Mattern zu expandieren, damit die Referendums mehr weltweit möglich. Aber es wurde festgestellt, dass ein Votepunkt nicht auf die EU-Memberschaft auf die EU-Memberschaft sein wird. Wir haben uns auf eine klare pro-europäische Ausrichtung geeinigt mit dem Ziel, die Subsidiarität in der Europäischen Union zu stärken. Eine Europäische Union, die stärker sein soll in großen Fragen und sich zurücknimmt in kleinen Fragen. Wir haben uns darauf verständigt, dass es keine neuen Steuern geben soll, sondern dass stattdessen im System gespart werden muss. Under the Deal, the Freedom Party will run the Foreign, Interior and Defense Ministries. We've clearly stated that we want to stop illegal immigration, but we also want to stop immigration into our Social Security System. The benefits for asylum seekers will be reduced to €365. After weeks of talks, the coalition deal paves the way for Austria to become the only country in Western Europe with a far-right party in government. While the Freedom Party will take control of much of the country's security apparatus, the People's Party will control the powerful Finance Ministry, as well as the Departments of Justice and Agriculture. Thank you very much.